Mein Freizeittipp ist etwas für Unsportliche und trotzdem geht ihr in ein Skigebiet. Ich empfehle eine Tour mit dem Schmugglerticket von Samnaun nach Ischgl. Man kann nämlich die ganzen Bergbahnen, die die Skigebiete von Samnaun und Ischgl verbinden, auch als Fussgänger benutzen. Und da kann man in anderthalb Stunden eben mit dem Schmugglerticket von Samnaun nach Ischgl und wieder zurück an den ganzen Tag hin und her fahren. Zum Beispiel zum Wiener Schnitzel nach Ischgl. Sehr zu empfehlenswert als Nicht-Sportlicher, Unsportlicher mit in dem Skigebiet. Das ist wirklich etwas ganz Einmaliges.